Willkommen zurück zu StarCraft 2, Hearth of the Swarm. Wir machen sofort weiter mit der nächsten Folge, genau, mit der nächsten Mission. Denn Jim Raynor muss jetzt natürlich noch fliehen, wenn Kerrygan das schon gemacht hat. Ist Jim Raynor noch immer in der Basis und Nova ist eingetroffen. Schauen wir mal, was dann passiert, ob wir gegen die battle müssen oder ob wir uns vielleicht mit der verbünden und sie ausnutzen, ich weiß nicht. Nova wird zumindest nicht sterben, logischerweise nicht, weil es gibt ja noch diese Missionskampagnen da mit der Treffpunkt. Jim? Jim? Wo ist Jim? Wir konnten ihn nicht rausholen. Valerian. Du hast ihn zurückgelassen? Waffen runter! Lassen Sie ihn los, Kerrygan. Valerian hilft uns. Es gibt kein uns. Feindliche Schiffe. Mehrere Ziele im Sicherheitsbereich. Geschwader 3 bis 9 alarmieren. Kumpf durchbrochen. Sektion 7, Weckmann. Verteidigungsmanöver Delta 4. Auf Sprung vorbereiten. Wir gehen nirgendwohin, bevor ich Jim gesehen habe. Schilde bei 30 Prozent. Ausfall steht mir vor. Ligaflotte, hier spricht die Hyperion. Feuer einstellen. Kronprinz Valerian ist an Bord. Mein Vater würde jede Spielfigur opfern, um die Königin zur Fall zu bringen. Wir müssen jetzt springen. Wir locken sie weg und kehren für Jim zurück. Sarah, wir müssen zusammenarbeiten. Macht, was ihr wollt. Ich werde Jim suchen. Kerrigan, bevor wir gesprungen sind, hat die Hyperion mehrere Signaturen der Liga aufgespürt, die sich auf dem Weg zur Oberfläche befinden. Sie werden da unten wohl eine kleine Überraschung vorfinden. Wir sind beim... Das heißt, wahrscheinlich Rendezvous, oder? Keine Ahnung, wie man das ausschreckt. Ich mach's mal lieber nicht. Diese Mission zumindest. Zerstören Sie die Draken-Impulskanone. Und wir bekommen jetzt Schwarmkündigen. Das heißt also, wir werden jetzt wahrscheinlich auch eine Basis aufbauen. Und es geht langsam los, dass wir mit dem Zerg wirklich auch hier das tun, was wir so tun. Jetzt geht's so langsam los. Ja, es muss hier einen alten Schwarmstock geben. Die Liga macht mir allerdings mehr Sorgen. Rudentrupp, hier spricht die Flotte. Wie ist ihr Status? Flotte? Unsere Basis steht. Und die Draken-Impulskanone ist so gut wie einsatzbereit. Verstanden. Schalten Sie alle Nachzügler aus, die zu diesen Koordinaten springen. Wir sammeln sie später wieder auf. Flotte Ende. Die Kanone wird Jims Schiff unter Beschuss nehmen, sobald es in den Orbit kommt. Er wird blind in die Falle laufen. Setz Kurs auf den Schwarmcluster. Ich brauche eine Armee. Ich spüre, dass diese Brot von jemandem kontrolliert wird. Wer bist du? Meine Königin. Ich bin Naktul, eine Brotmutter. Du hast uns erschaffen, um deine Kontrolle über den Schwarm auszuweiten. Bist du zu uns zurückgekehrt? Ich bin nicht deine Königin und ich bin nicht zurückgekehrt. Aber ich brauche deine Brot, um die Kanone der Terraner zu zerstören. Und zwar jetzt. Der Großteil meiner Brot befindet sich bei mir. Ich kann sie zu dir schicken, aber das wird eine Weile dauern. Schicke sie. Sobald sie hier sind, zerstören wir die Kanone, bevor Jim eintrifft. In der Zwischenzeit werde ich diesen Schwarmstock auf den Kampf vorbereiten. Die Liga hat sicher mein Schiff verfolgt und ist hinter mir her. Ja, die UI hat sich natürlich auch ein bisschen angepasst dadurch, dass wir jetzt Zerk spielen. War ein bisschen eklig aus. In Ordnung. Dann schauen wir mal, ob ich noch weiß, wie es geht. Zuerst brauche ich einen Brotschleimpool. Ach du Scheiße. Na, das wird Spaß. Na, das wird Spaß, ja genau. Okay, wie machen wir das? Gut, wir brauchen... Ah, wir holen uns glaube ich mal hier eine Drohne weg, ne? Machen das. Das geht ein bisschen schneller. Das ist Zerklinge. Kommando Zentrale, wir haben Kerrigan gefunden. Sie hat sich in einer Zerkbasis verkrochen. Wir gehen rein, schickt Verstärkung. Die Liga hat uns gefunden. Sie werden uns mit allem, was sie haben, angreifen. Mal Kerrigan, dann aber auch in... Wie bitte? Da. Es gibt Arbeit. Ich hasse diese Dinger hier, ne? Diese Türme, die nerven so sehr, wenn du gegen sie kämpfst. Aber wenn du sie deiner Seite hast, dann ist das gar nicht mal so bad. Ich sollte Zerklinge aus den Larven an meiner Brotstätte erschaffen. Das solltest du allerdings, denn, ähm... Wir machen mal ein paar. Alle. An Stachelkrabler kann ich mich erinnern. Ich kann sie aus Drohnen mutieren. Soll ich jetzt Stachelkrabler erstellen? Als die Liga antraf, wurde ein Teil meiner Brut in Höhlen getrieben. Sie werden wieder zu uns stoßen, wenn wir die terranischen Soldaten außerhalb der Höhlen töten. Ziehen wir nochmal einen hier hin. Wir stellen nochmal ein paar... Drohnen. Äh, Moment. So. Ein bisschen verwirrt. So. Dann... Können wir die noch... Ah, nee. Der ist wahrscheinlich... Der Königin wäre sehr nützlich, um die Terraner zu bekämpfen. Der kann seine Königin in der Brotstätte erschaffen. Wollte ich gerade sagen. Ich wollte auch gerade... Hab doch gerade darüber nachgedacht. Vielleicht mal so eine... Das stellen, aber... Story... Hat genau dasselbe gedacht. Wie viel... Ah, Supply... Okay. Guck mal, Overlord. Guck mal, zwei Overlords. Wir brauchen natürlich... Ich kann mich auch... Das ist ganz cool an den... An den Overlords. Man kann ihn nämlich bewegen. Ne? Das bewegbare Gebäude. Wir rücken aus. In Bewegung. Gehe voran. Oh, wir können noch eine erstellen. Wir brauchen mehr Vespin-Gas. Können wir nicht... Ah, shit. Ah, ja, richtig. Vespin-Gas gibt es ja auch noch. Hm. Mach du mal hier Vespin-Gas. Äh. Hier. Einsatz bereit. Und, äh... Wir brauchen... Warte mal, können wir hier irgendwie... Ne, wir können Zerkling, Stachelkrabbler und Schwarmkönigin herstellen. Das ist natürlich... Weitere Droh... In dieser Höhle sind noch mehr Zerklinge, meine Königin. Deine Brut kann Vespin-Gas mit maximaler Effizienz abbauen, wenn du drei Drohnen zum Extraktor befehlst. Die Liga nähert sich aus dem Norden. Und zack. Es gibt Arbeit. Feuer bereit. Ich glaube, wir bauen noch mal so einen Krabbler, oder? Arschiert. Stimmt, wir müssen ja natürlich auch... Damit die Vespin-Gas sammeln, müssen wir die natürlich auch dahin schicken. Unserer Streitkräfte wären angegriffen. Feuer bereit. So... Zerklinge... Jetzt habe ich noch ein Sporenkrabblechen gebaut. Das wollte ich jetzt aber nicht. Missklick! Haben wir nochmal eine Schwa, nochmal hier so eine Königin und ein paar Zerk. So, haben wir hier, wie gesagt, baue ich hier erstmal eine fucking Armee wieder auf. Hier ist Kerrigan. Roger. Gehe voran. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Sicher. Ich habe hier noch die Kerrigan-Fähigkeiten, ne? In Bewegung. Verstanden. Sicher. Roger. Es gibt Arbeit. Wir rücken aus. Kommt aus weinem Verstecken, Zerklinge. Kämpft für eure Königin. Ihr habt verstanden. So wie, damit haben wir ein paar gerettet. Ja, das habe ich mir gedacht, das ist nämlich jetzt gleich passiert, deswegen wollte ich so schnell wie möglich. Wie schnell wie möglich hier wieder zurück. Ja, das sind dumme Lufteinheiten. Wie soll ich die denn bitte angreifen, wenn ich keine Luft-Einheits-Kacke machen kann? Was soll diese Dinger? Äh, wie machen wir das? Wir wollen jetzt noch ein paar Zerklinge haben. So. Können wir auch noch eine Bote... Ja, nice. Und... Oh, wir brauchen Overlords. Was ist los? In dieser Höhle sind noch mehr Zerklinge, meine Königin. Ja, aber wenn man weiß, wenn man jetzt immer wieder richtig hart attackiert... Gehe voran. Roger. Sicher. In die Wege. Drücke vor. Wir rücken aus. Es gibt Arbeit. Mal sagen... Ja, genau, das ist doch das Ding, so. Hier so ein Ding will ich dann nochmal haben. Und ich will so ein Ding auch nochmal... Ich will so eine Luft an... Halt... Scheiße will ich auch nochmal hier haben. Ja, hab verstanden. Sicher. Aber wir könnten... Eigentlich versuchen... Verstanden. Wir rücken aus. Gehe voran. In Bewegung. Was machen wir mal? Drücke vor. Roger. Wir rücken aus. Sicher. Jetzt gar nicht, woher die mal kommen. Wie? In Bewegung. Roger. Verstanden. Wir rücken aus. Gehen, ob die irgendwie irgendwo einfach so aus dem Nichts spawnen oder ob die wirklich auch logisch... ...logisch aus Basen spawnen. Scheiße, ich hab ja natürlich jetzt wieder krasse Einheitenverlust gemacht hier. Oh, da ist noch einer. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Na, na, na. Die Würmer graben gerade Tunnel zu dir. Meine Brut wird bald da sein. Rücken vor. Ist gut. Die... Die Bonus-Titel werde ich wahrscheinlich nicht richtig erreichen können. Obwohl vielleicht doch. Naja, müssen wir sehen. Erstmal muss ich hier wieder ein paar Leute produzieren. Das ist... Das ist sehr creedisch. Kann ich hier eigentlich machen. Zack. Achso! Ne. Naja, das geht nicht. Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie einfach nur dazu multiplizieren, aber... ...dazu muss ich mal alle auswählen. ...dazu muss ich mal alle auswählen. Was ist los? Verstanden. Ja, komm, das halten wir jetzt noch aus, diese eine Minute oder diese zwei Minuten. Und das machen wir jetzt einfach... Da gehe ich jetzt nicht noch irgendwie los oder so. Wir haben jetzt hier dieses Bonus-Ziel. Verstanden. Feuer bereit. Gehe voran. Wir rücken aus. Brücke vor. Brücke vor. Ja, hab verstanden. Also, da sind noch... Was ist los? Zack. Verstanden. Wenn ich hier sagen kann, untätige oder alle einfach anvisieren oder so. Das wäre noch so eine schöne Option für mich. Oh, da sind die Würmchen. Meine Wund ist gekommen. Sie unterstehen deinem Befehl, meine Königin. Perfekt. Jetzt müssen wir in ihre Basis und die Kanone zerstören, bevor Jim eintrifft. Okay, äh... Achso, Moment. Du? Wenn du alle deine Streitkräfte in der Schlacht befehligen willst, gibt es eine Möglichkeit, alle zu kontrollieren. Echt? Jetzt ist die Option da! Ah, F2, da haben wir sie doch. Da kann ich jetzt einfach sagen, zack, und dann habe ich sie alle. Aber das sind nur Armee-Einheiten, ne? Nicht, dass ich dann eben hier noch Overlord so ist. Ne. Ah, nice. Einsatz bereit. Es ist vielleicht nicht, taktisch vielleicht nicht so klug, wenn man einfach mit einer Riesen-Armee da loszieht, sondern vielleicht auch ein paar da lässt. Aber... Wir rücken aus. Die Option hat mir halt gefehlt. Roger. Mitziehen wir jetzt los. Ich muss in diesem Moment... Moment, kommt da... Nehme ich mit. Kommt alle. Wir rücken aus. Roger. Ah, das ist ja schön mit so einer Riesen-Armee. Überrennt sie! Oh nein. Feuer bereit. Rökel vor. Sicher. Gehe voran. Weil da werden die dann hergespawnt, ne? Von dieser, von dieser Basis. Da haben die dann immer wieder produziert. Rökel vor. Roger. Aber nicht mit mir. Verstanden. Sicher. Wir rücken aus. Kommt man da irgendwie hin? Ja, da. Die brauchen wir uns natürlich auch noch holen hier so ein paar Zerk. Was gibt's Arbeit? Roger. Auch meine Basis einfach auszuwehen. Ah, bin ich ein bisschen zu verwöhnen von anderen Spielen. Äh, ein paar Zerklinge. Hier nochmal ein bisschen wat. Davon vielleicht auch noch. So, da muss man immer mal wieder... Feuer bereit. Es gibt Arbeit. Schickverstärkung! Werden angegriffen! Irgendwie die Produktion am Laufenhalten, ne? Bei den Zerk. Das Gefühl, dass es irgendwie wichtig ist, dass er das macht. Roger. Unsere Streitkräfte. Ah, ist angehört. Du hast einen Teil der Brut gerettet. Erhebt euch, meine Kinder. Hier ist Kerrigan. Feuer bereit. Kommt mit. Es gibt Arbeit. Sicher. Dann kann ich euch eigentlich noch an was anderes morfen. Ne Echse. Evolutionskammer. Oh, wir machen das einfach mal. Wir probieren mal ein bisschen was aus. So. Wie bitte? In Bewegung. Und ist doch irgendwie auch so, dass solange die Zerk sich hier auf den Schleim bewegen, solange sind die schneller. Das heißt, man muss irgendwie den Schleim immer weiter ausbreiten lassen. Das macht man, glaube ich, indem man die Basis immer ein bisschen erweitert. Dann breitet er sich langsam aus. In Bewegung. Gehe voran. Ja, die Zerk sind dummerweise ziemlich anfällig gegen Feuer. Ja, wenn man die weg macht mit Feuer. Also wenn man da so Flammenwerfer eins gegen die schickt und das haben die Terraner, dann kannst du ganz schnell so eine Riesenzwergarmee kannst du vernichten. Das ist nicht so gut, wenn die mal mit diesen Flammenwerfern ankommen. Aber wir haben das Bonus-Ziel. Und wir switchen jetzt nochmal zurück zu unserer Basis. Nö. Loll. Okay, ich habe jetzt mal... Okay, wir haben jetzt so viele Overlords. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal keine Overlords zu bauen, wie ich gerade... Äh... Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Aber ich glaube, jetzt in dieser Mission... Ähm... Eher noch nicht so... Boah, wie ich einfach... Ist das geil... Also mit den Zerk, ne? Wenn du so Gewusel haben möchtest, dann ist das mega geil, finde ich, dass du natürlich so eine Riesenarmee hast, die natürlich nicht viel aushält. Aber im Endeffekt mit Riesenarmeen spielst du... Ich mache das ja mal sehr gerne. Dann ist Zerk schon irgendwie geil. Vielleicht gewöhne ich mich daran. An den Zerk. So, ich speichere mal das Ganze. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ja. Und, ähm... Schauen mal, ob wir dann mit dieser Armee, dann... Ich denke mal schon, dass wir da die, die, diese Kanone dann da ausrollen. Das wird schon. Vielleicht noch mal ein paar Einheiten dazu, ähm... Produzieren, aber... Das wird schon. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.